ABB Kunden optimieren ständig ihre Produktion und Instandhaltung. Eine zustandsbasierte Instandhaltung ist ein wichtiger Baustein, das optimal zu betreiben. ABB bietet die Lösung, die Produkte und die Services dafür. Das Produkt, also der Frequenzumrichter, bietet heute schon alle Sensoren, die man braucht, um den Zustand des Umrichters im Detail zu erfassen. Um das rauszulesen, müsste man heute vor Ort gehen, müsste den Umrichter auslesen und müsste die Werte interpretieren. Wir bieten hier eine neue Technologie, wir übertragen all diese Werte auf eine Plattform, interpretieren für sie diese Werte und geben ihnen einfach ein Ergebnis, basierend auf unserer Erfahrung. Internet of Things, Service and People, da sind drei Begriffe drin. Things ist der Umrichter, der Umrichter ist die Hardware. Service ist das, was wir im Rahmen dieser Plattform anbieten. Wir bieten ihnen an, dass wir diese Informationen für sie auswerten, dass wir sie interpretieren dass wir sie unterstützen bei dem Auswerten von all den Parametern, die wir erfassen. Und der Service ist hinten dran, dass wir ihnen dann auch entsprechende Ersatzteilpakete anbieten, dass wir ihnen On-Site-Service anbieten und dass wir diese Maßnahmen auch gleich so dokumentieren, dass sie alles auf einer Plattform erkennen.